Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Von Aristoteles zur Stringtheorie, da sind wir schon tief in der Kernphysik von Sternen mittlerweile. Das Material, sagen wir mal so, ist erzeugt. Wir haben uns unterschiedliche Massenbereiche von Sternen sehr genau angeschaut. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir ran an das Material? Wie kriegen wir es raus aus dem Stern? Da haben wir schon gesehen, da wird eine große Katastrophe passieren in Form einer Supernova-Explosion bei sehr massiven Sternen, also oberhalb von neun Sonnenmassen, Anfangsmasse. Und vielleicht denken Sie jetzt, na ja klar, ich weiß doch wie eine Supernova funktioniert, irgendwelche Hüllen prallen auf den Kern und werden da reflektiert. Ich würde heute gerne mal ganz genau hinschauen. Das ist nämlich ein unglaublich faszinierender Prozess. Und dafür werden wir uns topaktuelle, moderne, dreidimensionale Simulationen anschauen, die auf Millisekundenskalen aufgelöst ein Bild ermöglichen, eine Visualisierung dessen, was hier in der ersten Sekunde oder in den ersten Bereichen einer Supernova vom Typ 2 wirklich abläuft. Legen wir los! Glücklicherweise hatte man ein Anschauungsobjekt. Die Supernova 1987a in dem entsprechenden Jahr hat in der großen Magellanschen Wolke stattgefunden, also in einer Begleitergalaxie unserer Milchstraße, so 160.000 Lichtjahre entfernt etwa. Und dabei haben sich ein paar interessante Beobachtungen ergeben. Zum einen war es sehr früh, auffallend früh, harte Gamma- und Röntgenstrahlung eingetroffen. Das war schon mal ungewöhnlich in der Beobachtung. Das wies hin auf radioaktive Zerfälle, die irgendwie weiter draußen stattgefunden haben müssen. Und Doppler-Effekte in den Linien, in den Spektrallinien, die hatten auch starke Asymmetrien. Also dieses Bild eines gleichmäßig expandierenden und explodierenden Sterns in Form von konzentrischen Reaktionen war da schon ins Wanken geraten. Irgendwie mussten ja dieses radioaktive Zeug weiter nach draußen gekommen sein, damit es so früh bei uns die entsprechende Strahlung anlanden kann. Dann diese Asymmetrien, die man beobachtet hatte, in diesen Doppler-Linien. Großskalige Mischprozesse mussten hier eine Rolle spielen. Das Ganze musste irgendwie durchwalkt werden. Nur wie? Das war die Gretchenfrage. Dafür hat man jetzt Simulationen aufgesetzt, aufwändige Berechnungen, die erst möglich waren, durch parallelisierte Codes, durch leistungsfähige Großrechenanlagen. Die Simulation, die ich jetzt gleich zeigen werde, die wurde zum Beispiel mit 16.000 Rechnerkernen, mit 5 mal 10 hoch 20 Gleitkomma-Operationen, berechnet um 700 Millisekunden, also 0,7 Sekunden, dieser Supernova herauszuarbeiten. Dafür mussten diese Prozessoren ein halbes Jahr durchgehend rechnen. Also das sind die aufwendigsten Rechnungen, aber vielleicht überhaupt. Mittlerweile konkurrieren sie auch ein bisschen mit diesen zusammenstoßenden Sternleichen und diesen Dingen. Da werden wir noch ein eigenes Video dazu machen. Aber hier war jetzt mal klar, man möchte genau herausarbeiten, wie kann diese großräumige Durchmischung passieren, wie muss man sich das vorstellen. Und gehen wir noch mal zurück zu dieser Schalenstruktur vielleicht, gedanklich. Draußen dieses Wasserstoff mit einem ticken Helium und dann so nach innen diese Zwiebelstruktur mit Kohlenstoff, Neon, Sauerstoff, Silizium. Innen ist ein Kern, der hat so 1,3 bis 2,5 Sonnenmassen, der zentrale Bereich. Und die Masse und die Dichte dort, die nimmt ganz allmählich zu erstmal noch. Und dadurch kommt es zu Elektroneneinfangsreaktionen. Also was heißt das, wenn Sie ein Neutron zerfallen lassen in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino? Dann ist es der natürliche Verlauf, weil das Neutron eben ein bisschen schwerer ist. Aber wenn Sie jetzt so hohe Dichten und so hohe Energien haben, dann kann auch diese umgekehrte Reaktion ablaufen. Dann kann auch aus einem Proton und einem Elektron, deshalb spricht man von Elektroneneinfang, Proton und einem Elektron ein Neutron und ein Neutrino werden. Das Neutrino, das ist das, was wir gleich brauchen werden. Da ist immer mehr Zeug vorhanden, immer mehr Energie vorhanden. Und dadurch kommt es zu diesen Einfangreaktionen. Das nimmt ein bisschen Energie weg. Zusätzlich haben Sie das große Problem, dass Kerne durch die harte Strahlung dissoziiert werden. Das nimmt auch Energie weg, weil wir hatten ja Energie gewonnen, als wir sie fusioniert haben. Entsprechend verlieren wir die wieder, wenn die auseinanderschlagen. Hier geht also sehr effektiv plötzlich Energie verloren. Und es werden Neutrinos freigesetzt. Das Ganze passiert jetzt so an der Grenze, an der Chandrasekhar-Grenze, die haben wir ja auch schon kennengelernt. Also das Ding implodiert innerhalb von Sekunden von einem Gebilde, von einem Kern, der ungefähr so groß war wie unser Mond, also so 3000 Kilometer Radius, als grobe Größenordnung hin zu einem Neutronenstern. Also zu einem Gebilde, das dann nur noch einen Radius von 10, 20 Kilometern hat. Die Entartung des Neutronensterns, die gebietet jetzt dem ganzen Geschehen Einhalt. Das führt dazu, wir haben jetzt dann eine Dichte, die ist höher als Kernmaterial im Endeffekt. Und das lässt sich nicht mehr weiter komprimieren, so ohne weiteres. Und das führt dazu, dass wir hier abrupt enden und dann an der Kante zu dem ja mit Überschallgeschwindigkeit im Plasma einströmenden Material bildet sich eine Stoßfront, eine Schockfront, eine Schockwelle. Und dann muss das weiter einströmende Material durch diese Stoßfront, die sich anfangs noch innerhalb des Eisengruppenelementenkerns hier bewegt, aber sich nach draußen wegbahnt jetzt. Und bei diesem Eintreffen, bei diesem Einschlag auf diese Stoßfront, da wird jetzt eine gewaltige Energie freigesetzt. Dieses Material wird natürlich extrem aufgeheizt auf mehrere MEV, Millionen Elektronenvolt. Also wenn wir uns erinnern, ein Elektronenvolt, das war doch dieses Energiepondant von 11604,5 Kelvin, also 10 hoch 4 Kelvin. Hier haben wir Mega-Elektronenvolt. Diese Strahlung, diese Photonen, die sind so hart, dass sie alles dissoziieren, was sich hier in den Weg stellt. Diese Eisengruppenelemente werden also zerlegt in Neutronen und Protonen. Die ganze Mühe, über Jahrmilliarden hinweg, das Zeug zu fusionieren, wird hier innerhalb ganz kurzer Zeit umgedreht. Das ganze Material wird wieder zersetzt in die Bestandteile. Und das verschlingt eine ungeheure Energie. Pro Nukleon etwa 8,8 Mega-Elektronenvolt. Wie gesagt, beim Fusionieren haben wir die Energie gewonnen, da hat er die starke Kernkraft zugepackt, das war ja das, was wir dann nutzen konnten. Jetzt müssen wir gegen die starke Kernkraft kämpfen. Wir verlieren also diese Energie. Das ist eine unvorstellbare Hypothek für diese Stoßfront. Und die schwächt sich so sehr ab, dass sie zum Erliegen kommt. Und das war lange Zeit das große Problem, auch bei diesen Simulationen, dass die Berechnungen nie zu einer explodierenden Supernova geführt haben. Weil man endete damit, dass die Stoßfront einfach so viel Energie aufzehren musste und drangeben musste, dass sie zum Erliegen kam. Und von außen stürzte ja immer noch jede Menge Material ein. Und jetzt, jetzt kommt eigentlich der totale Wahnsinn aus meiner Sicht. Und jetzt zeigt sich eben, dass diese vielen Neutrinos, die jetzt durch diese Einfangreaktionen, diese Elektroneneinfangreaktionen freigesetzt werden. Und bei diesen extrem hohen Photonen, bei diesen hohen Energien, kommt es auch zu direkten Paarbildungen. Da können also alle möglichen Flavors von Neutrinos erzeugt werden. Da können auch Myon- und Antimyon-Neutrinos, Tau-Anti-Tau-Neutrinos. Alles ist hier irgendwo involviert. Und diese unvorstellbare Menge an Neutrinos, bei sehr, sehr hohen Energien, die haben jetzt 10 bis 20 Mal höhere Energie als unsere solaren Neutrinos. Mit der Energie, Vorsicht, steigt auch der Wechselwirkungsgrad bei typischen Reaktionen. Das heißt, die Neutrinos sind nicht mehr ganz so harmlos, wie wir sie jetzt kennen von den solaren Neutrinos. Schon mal zum einen, sie wechselwirken einen Ticken stärker. Und sie treten in einer solchen schieren Anzahl auf, dass dann dieser geringe Wechselwirkungsquerschnitt ausreicht, um tatsächlich was zu bewegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich diese gewaltige Stoßfront wieder in Bewegung zu setzen nach draußen. Sobald sie diese Stellungskonfrontation hier auflösen können in eine Bewegung, kommt wieder mehr Material, das zur Verfügung steht, das sie wieder dissoziieren können. Dann haben sie wieder mehr freie Neutronen und Protonen, dann haben sie wieder mehr Einfangreaktionen. Mehr Einfangreaktionen machen mehr Neutrinos, mehr Neutrinos schieben stärker. Und so kommt es zu einem selbstverstärkenden Prozess, zu einem Runaway-Prozess. Und damit frisst sich diese Stoßwelle nach draußen immer weiter fort. Sie bahnt sich weg und es gibt kein Halten mehr letztendlich. Und das Ende, das ist es, was wir eine Supernova-Explosion nennen. Dabei wird jetzt, ja, ich nenne die Zahl mal, ich denke, vorstellen kann sich das eh niemand, 10 hoch 44 Joule, das ist so eine typische Einheit, die hier an Energie freigesetzt wird, ins interstellare Medium. Damit wird so ein Objekt für kurze Zeit heller als eine ganze Galaxie, als hunderte von Milliarden Sternen. Und in wenigen Tagen wird hier eine Energie freigesetzt, die unsere Sonne in 10 Milliarden Jahren gerade mal abstrahlen würde. Also das, das ist, ja, Sie merken, da fehlen einem die Worte. Das ist der größte Rums. Wobei, wenn man genau hinschaut und mit spitzen Bleistift rechnet, erkennt man, dass die Neutrino-Energie, die nach draußen weggetragen wird, die ist nochmal um zwei Größenordnungen stärker. Also, das ist, was hier im Wesentlichen passiert, sind Neutrinos. Aber was man natürlich sieht, das ist diese Supernova-Explosion in den Wellenlängenbereichen. Ich zeige Ihnen hier im Hintergrund mal die Supernova 1994d. Anhand dieser Buchstaben werden die einfach nur durchnummeriert nach den Beobachtungen im jeweiligen Jahr. Das Objekt ist 50 Millionen Lichtjahre entfernt. Und hier sehen Sie auch so eine typische Energiefreisetzung. Man nennt es auch einen FOE. Also 10 hoch 44 Joule. Das wird hier nochmal mit einer eigenen Einheit bezeichnet. Und ich denke, das kommt aus dem Amerikanischen, das ist so eine Abkürzung für 10 hoch und dann 51 Erg. Also in dieser Energieeinheit Erg ist es halt 10 hoch 51. Und ich glaube, da kommt diese Abkürzung FOE. Um nicht mit diesen irrwitzigen Zehnerpotenzen immer arbeiten zu müssen. Und Sie sehen, das Objekt ist so hell wie die ganze Galaxie. Das alles Entscheidende, das Ganze ist hier eine Neutrino-Show. Das ist nur von außen her für unsere Augen, für unsere Teleskope erstmal nicht so eindeutig. Die Neutrinos sind hier die maßgebenden Akteure. Ganz genau genommen dieses Zu-Stehen-Kommen dieser Stoßfront, das passiert auch an einer charakteristischen Neutrino-Stelle. Nämlich, innen ist es sehr, sehr dicht. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier noch einsteigen wollen. Also innen ist der Kernbereich sehr, sehr dicht. Da haben die Neutrinos kaum freie Weglänge. Und irgendwann, nach draußen hin wird es weniger dicht, weniger dicht, weniger dicht. Kommen wir an den Punkt, wo dieses sogenannte Last Scattering, diese letzte Interaktion statistisch stattfindet. Und ab dann haben die Neutrinos so gut wie freie Bahn. Und das nennt sich hier eben dieses Neutrino-Last Scattering. Das ist ein charakteristischer Bereich, sagen wir mal 100 bis 200 Kilometer vom Zentralbereich weg. Und wenn die Stoßfront sich bis dorthin vorgefressen hat, dann wird ein sogenannter Deleptonisierungsblitz dazu führen, dass, das ist ja nichts anderes als wieder dieses Aufzehren durch diese Elektroneneinfahrung, werden die Leptonen entsprechend weniger und diese Neutrinos, das hatte ich ja alles erklärt. Und an dieser Stelle gibt quasi die Stoßfront dann auf und kommt komplett zum Erliegen. Dann wird es eine stehende Front, auf die von draußen her Material einprasselt und drückt, aber von innen her der Druck auch entsprechend gleich stark ist und das passiert etwa an dieser Kante, die wieder von den Neutrinos bestimmt wird. Ich wollte nur noch mal herausstreichen, dass die Neutrinos das alles Entscheidende sind im Verständnis dieser Supernova-Explosionen. All das wollte man halt jetzt in diesen Simulationen bestätigt wissen, erkennen können in diesen Simulationen. Dieses Heizen der Neutrinos, diese Tatsache, dass die insbesondere zwischen Neutronenstern und Stoßfront in dem Bereich ganz effizient eben heizen und dann letztendlich diese entscheidende Explosion herbeiführen. Dann wollte man diese Durchmischung sehen, diese Prozesse, die sich anhand der 1987 A ergeben haben. So, es wäre Zeit, dass ich Ihnen hier mal was zeige. Anhand dieser Simulationen werden Sie das sehr schön erkennen. Da hat sich nämlich drüber hinaus noch mehr ergeben. Dieser Mischprozess, da ist eine Art Schwipp-Schwapp-Bewegung. Also da sieht man das Material-Schunkeln hier innerhalb des Zentralbereichs. Das arbeitet hier so hin und her. Da gibt es zwei verschiedene Moden. Einfach nur das Hin und Her. Das ist das, was zu Beginn passiert. Dann zwischendurch sieht man so eine Art Explosionspilz. Also Sie kennen das ja von Aufnahmen, von unrühmlichen Aufnahmen von diesen Atom-Tests. Wenn so ein Atompilz entsteht innerhalb der Atmosphäre, das ist also ein gewisser Widerstand durch die Atmosphäre, aber das Zeug ist so effektiv geheizt, steigt also so schnell auf, dass sich dann so ein Pilz ausbildet. Das ist natürlich jetzt auf der Oberfläche eines Planeten mit einer Atmosphäre drüber. Wir müssen jetzt hier dreidimensional denken. Das heißt, der Pilz wird sich in alle Richtungen irgendwie ausbreiten. Das sieht man auch hier dann tatsächlich. Dann kommt es zu einer zweiten Schwipp-Schwapp-Bewegung. Die ist aber ein bisschen spiralförmig hier moduliert noch. Und das führt eben zu diesen Asymmetrien und zu diesen Durchmischungen letztendlich. Und die Stoßfront frisst sich nach draußen fort und voilà, das ist eine Supernova-Explosion. Schauen wir uns erstmal Standbilder an vielleicht von dem Ganzen. Diese Schwipp-Schwapp-Bewegung, die heißt natürlich offiziell, da gibt es einen akademischen Namen, das ist diese S-A-S-I, das steht für stehende Akkretionsstoßinstabilität. Puh, die Schicht zwischen dem Neutronenstern und der Stoßfront wird hier eben zum Schwingen gebracht. Und genau genommen kann der Neutronenstern hier sogar Drehimpuls austauschen dann mit diesem umgebenden Material, das nach draußen will, also mit diesem Ejector, wie man das nennt. Dass es so ein Schwipp-Schwapp geben könnte, das sieht man sehr schön an einer, einfach nur an Wasser. Dann gibt es eine Anlage in Paris, die hat so ein, die hat irgendwie so dreieinhalb Meter und da sieht man den sogenannten hydraulischen Sprung. Die kriegen wir das erklärt. Also sie haben ein System, wo kontinuierlich ein Abfluss stattfindet, sie aber auch kontinuierlich zuströmen lassen. Es kommt also von allen Seiten Wasser und in der Mitte ist ein Abfluss. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel Wasser lassen sie zuströmen im Verhältnis davon, was wegströmen kann. Und da gibt es eine Grenze und dann beginnt das Wasser hier so aufzuspringen in einer, schauen Sie sich es am besten an, einfach in der Simulation an. Also hier sehen Sie das ganz typische Hin- und Herschunkeln. In der Mitte ist der Abfluss, klar. Konzentrisch hier strömt Material zu und dann schunkelt es hin und her. Im Vergleich dazu jetzt dieses Spiralförmige, sieht man hier auch wunderbar, wie diese Schicht dann, wenn sie entsprechend viel zuströmen lassen, beginnt hier spiralförmig hin und her zu schwappen. All das wohlgemerkt noch mit Wasser. Jetzt endlich, hier lange versprochen, mal ein Standbild dieser Simulation eines 20-Sonnen-Massen-schweren Objekts. Also wenn Sie mit 20-Sonnen-Massen starten, so muss man sagen, dann sieht die Supernova-Explosion in der Simulation folgendermaßen aus. Hier nach 240 Millisekunden. Was sieht man außenrum? Dieses bläuliche, das ist die Stoßfrirende. Und farblich kodiert haben Sie immer die Flächen mit einheitlicher Entropie. Also im Endeffekt sehen Sie die Ausdehnung. Hier sagen wir so 200, 230 Kilometer Ausdehnung Ausdehnung dieses Objekts zu diesem Zeitpunkt. Und von unten her sieht man schon, wie das Schwappen so beginnt. Hier sind wir schon etwas später bei 300 Millisekunden angelangt. 256 Kilometer Ausdehnung sehen Sie selber. Das Standbild soll Ihnen zeigen, wie diese Pilze, ich erinnere an diesen Atompilz, wie das jetzt so nach draußen sich ausbreitet, dreidimensional. In alle Richtungen ein bisschen. Hier sind wir bei 390 Millisekunden. Sehr schön jetzt diese Stoßfront zu sehen. Dieses Ausbreiten noch draußen. Und das ist dann schon bei etwa einer halben Sekunde. Also Vorsicht, die Skala wird immer wieder renommiert. Also reskaliert hier bei, sind wir schon bei 1300 Kilometern. Also das Ding ist groß mittlerweile. Und jetzt das Ganze in Form dieser Simulation. Blau natürlich jetzt hier diese Stoßfront und los geht es gleich mal mit Schwipp-Schwapp. Dieses deutliche links-rechts im Zentrum blau der Neutronenstern. Jetzt halten wir mal kurz an, schauen uns das Ganze von allen Seiten an. Wunderbar, hier nochmal diese Stoßwelle nach draußen. Man sieht auch schön diese Pilze, dreidimensional, farblich kodiert, jeweils die Bereiche gleicher Entropie. Die Größenskala zeige ich Ihnen gleich in der nächsten Simulation nochmal besser. Hier geht es jetzt einfach mal darum, für 20 Sonnenmassen hier es einmal zu erleben, wie im Zentralbereich hier diese Supernova passiert. Wer noch tiefer einsteigen möchte in die Theorie, hier sieht man natürlich Calvin-Helm-Holz-Instabilitäten, Rayleigh-Taylor-Instabilitäten. Also das lässt schon erahnen, das, was hier gerechnet werden muss, das ist enorm. Wir drehen eine kleine Ehrenrunde und schauen uns das Resultat an. Weil es so toll ist, auch gleich noch ein 27-Sonnenmassen-Ausgangsstern, hier mit dem Zentralbereich auch deutlich sichtbar gemacht. und sehr früh begonnen. Das läuft also jetzt erst 100 Millisekunden lange. So, und jetzt kommt die spannende Phase. Da haben wir ein bisschen Schwipp-Schwapp. Durch Mischung des Materials. Das macht auch dann vieles effektiver. Diese Mischprozesse steigern die Effektivität dieser beteiligten Prozesse. Nicht nur das Meer-Material von draußen rein strömt in diesen Bereich zwischen Neutronenstern und Stoßfond, sondern auch die Durchmischung ist natürlich katalysierend hier. Jetzt sind wir bei 300 Millisekunden. Wir drehen das Objekt nochmal knapp unter 400 Millisekunden. Ja, das ist einfach... Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Das ist einfach... Ich finde das grandios. So, jetzt kommt dieses zyklische, also dieses zirkuläre Schwipp-Schwapp hier nochmal. Hier sehen Sie jetzt auch die beteiligten Personen an der Simulation und an der Visualisierung. Also Chapeau, Hut ab! Vielen Dank für diese Möglichkeiten hier so etwas mal zu visualisieren. Das Ganze ist jetzt nicht nur beeindruckend anzuschauen, das hat auch beeindruckende Konsequenzen. Das sehen wir hier anhand dieser Nuklid-Karte. Hier sind also die chemischen Elemente aufgezeichnet, die wir in unserem Universum haben. Horizontal die Anzahl der Neutronen, vertikal die Anzahl der Protonen. Und da sieht man schon, bei diesen kleineren Kernen, da ist es sehr schnell mal mit gleicher Anzahl, gleich viele Protonen wie Neutronen, aber je schwerer die Kerne werden, umso mehr beugt sich das Ganze dann Richtung Neutronenüberschuss. Dass genau diese Zahlen hier eingezeichnet sind mit 8, 20, 28 und so weiter, das hat damit zu tun, dass diese Kerne mit diesen sogenannten magischen Zahlen besonders stabil sind. Darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen und nur, dass ich es kurz erwähnt habe, dass Sie sich nicht wundern über die komische Skalierung. Worum es mir geht ist jetzt, wie kommt das überhaupt zustande? Wir haben noch gesehen, im Stern kommen wir nur bis zu diesen Eisen-Nickel-Trallala-Elementen hier, diesen Eisen-Gruppenelementen. Und bei dieser Supernova und auch bei ein paar Prozessen vorher, muss man fairerweise sagen, im roten Riesenstadium bereits, da wird jetzt so viel Energie frei, dass auch Reaktionen über diese Eisen-Elemente hinaus ablaufen können. Die weißen Elemente im mittleren Bereich, das sind die stabilen, die blaue Zone, also oberhalb, da haben wir Beta-Plus-Zerfall, in dem roten Bereich, da haben wir Beta-Minus-Zerfall. Beta-Minus war die Sache mit einem Neutron, irgendwo im Kern wird es zu einem Proton, einem Elektron und einem Antielektron-Neutrino und das wird entsprechend freigesetzt. Entsprechend der Beta-Plus-Zerfall ist dann die Angelegenheit, dass eben ein Proton und ein Elektron zu einem Neutron werden und einem Neutrino. Und dieser grüne Bereich, da werden direkte Neutronen freigesetzt. In dem dunkelblauen wiederum, Sie sehen sie anhand der Skala, da werden direkte Heliumkerne freigesetzt, da würde man also von Alpha-Strahlern sprechen, die sind dann eben erst bei entsprechend schweren Kernen zu sehen. Wie vollzieht sich jetzt so ein Neutronen einfach konkret? Das soll dieses Diagramm ja nochmal zeigen. Wir haben ein Objekt und es fängt ein Neutron ein und im weiteren Verlauf wird dadurch ein Zerfall möglich. Nehmen wir jetzt mal den Beta-Minus-Zerfall, das heißt, das Neutron zerfällt dann zu einem Proton. Also, erstmal kommt ein Neutron hinzu, wir müssen also in dieser Nuklidkarte einen Ticken nach rechts gehen. Dann zerfällt es, es fällt mir zu nichts, sondern zu einem Proton, also müssen wir eigentlich grundsätzlich wieder zurück. Aber, weil ein Proton dabei entsteht, müssen wir nach oben. Das heißt, wir kommen auf diese Art und Weise eine Nummer höher in der Nuklidkarte. Dort kann dann wieder ein Neutronen angelagert werden, geht sich dann nach rechts, es kann vielleicht auch inzwischen schon ein zweites Neutronen angelagert werden, wie Sie in dem Beispiel sehen. Und später kommt es dann eben wieder zu einem Zerfall. Und dann geht es wieder eine Nummer nach oben. Erstmal zurück um dieses eine Neutron, aber dann wieder nach oben. So kommen diese Diagonalen zustande. Und das jetzt kann schnell passieren oder langsam. Der langsame Prozess, das passiert insbesondere noch im Stadium dieses asymptotischen roten Riesenasts. Das heißt, in diesen Helium brennenden Schichten dieser pulsierenden roten Riesen, dort wo die Fusion von Neon mit Helium zu Magnesium stattfindet, also dieses Neon brennen, dort kommt es zu diesen enormen Dichten von freien Neutronen. Eins ist klar, der Prozess läuft dann natürlich ab, wenn Sie ganz viele freie Neutronen haben. Und die Dichte dieser Neutronen in diesem Stadium, die ist so etwa 100 Millionen Neutronen pro Kubikzentimeter. 100 Millionen Neutronen. Und ob schon dieser gewaltigen Dichte, was würden Sie sagen, wie oft kommt es da zu einer Reaktion? mit so einem stabilen Kern, sich mal gemüßigt fühlt, hier so ein Neutron einzufangen? Das dauert mehrere Jahre. Das kann Jahrzehnte dauern. Und das führt dann so ganz allmählich prinzipiell hoch bis zum Wismut. Der schnellere Prozess, da brauchen Sie also noch viel höhere Dichten, da reden wir dann von 10 hoch 20 bis 10 hoch 23 Neutronen pro Kubikzentimeter. Da sind wir natürlich in diesen Supernova-Geschichten. Das kriegen Sie sonst nirgends. Da kann das Anlagern dann tatsächlich so schnell passieren, im Millisekundenbereich. Und dann kommen Sie natürlich sehr, sehr schnell auch vom Fleck in der Nuklidkarte. Und das ist, also da brauchen Sie schon so 2 Milliarden Kelvin hinter der Schockwelle dieser Supernova-Explosion. Das führt dann zu dem sogenannten R-Prozess. Und zudem wird auch immer heiß diskutiert, ein sogenannter P-Prozess, wo also tatsächlich Protonen angelagert werden. Der ist ein bisschen umstritten. Und deshalb möchte ich da gar nicht so groß drauf eingehen. Das ist eigentlich noch ein Feld aktueller Forschung. Die einen sagen, den gibt es vielleicht gar nicht hier in dieser Sternengeschichte. Und das bleibt vielleicht den Kollisionen von Sternleichen vorbehalten. Also hier braucht es sehr, sehr hohe Energien, um dann wirklich Protonen anlagern zu können. Warum ist das so viel schwieriger? Naja, das alte Lied, weil die Protonen halt Ladung daherbringen. Mir ging es auch nur darum, heute mal zu zeigen, wo kommt eigentlich das Material her, das schwere ist als Eisen. Und ich denke anhand, ich zeige nochmal diese Nuklidkarte, da sehen Sie sehr schön, wie diese Prozesse eben im Blauen, da haben wir diesen schnellen Prozess in erster Linie. Dort spielt also dieser Rapid-Prozess die dominante Rolle. und im Roten, da ist dieser Slow-Prozess der entscheidende. Und so hangeln wir uns allmählich hoch zu den schwereren Elementen. Warum leuchtet dann die Supernova eigentlich so lange? Typischerweise sind es ja Wochen bis Monate, also 100 Tage ist so eine ganz typische Skala. Ich zeige Ihnen mal die Leuchtkraftkurve hier. zwei ganz typische Verläufe. Das eine ist die Supernova 2, rot eingezeichnet. Das ist das, was ich heute versucht habe zu zeigen. Das ist also dieser starke Anstieg und dann kommt es zu einem Abfall, aber dann bildet sich so ein Plateau aus. Und erst nach dem Plateau, vielleicht so nach 100 Tagen, kommt dann der tatsächlich stärkere Abfall. Warum gibt es hier dieses Plateau? Weil die Leuchtstärke hier nochmal gespeist wird von radioaktiven Zerfällen. Nickel zu Kobalt, das geht sehr schnell, sagen wir mal, innerhalb von einer Woche, mittlere Halbwertszeit und dann nach 10 Wochen Halbwertszeit geht es dann runter zum Eisen. Und das führt dann zu dieser 100 Tage, zu diesem Plateau. Während zum Beispiel eine Supernova 1a, die habe ich Ihnen zum Vergleich eingezeichnet, hier blau, die piekt natürlich auch, fällt aber dann sehr schnell kontinuierlich ab. Da haben Sie eben nicht diese Nickel-Kobalt-Eisen-Geschichten in diesem Umfang. Damit hoffe ich, dass Sie dieses Phänomen der Supernova und die tragende Rolle, die die Neutrinos dabei spielen, hier mal möglichst anschaulich erfahren haben. Ich persönlich finde das unglaublich faszinierend, dass ein Elementarteilchen, das eigentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass es mit nichts und niemandem hier nennenswert interagiert, die Ignoranten des Universums, wie wir sie auch schon mal genannt haben in einem Video, dass die hier in solcher Anzahl auftreten, dass sie es vermögen, einen entscheidenden Schub auszulösen, um einen Effekt herbeizuführen, den wir dann Supernova nennen. Es hilft auch ein bisschen, dass der Wechselwirkungsquerschnitt quadratisch sogar ansteigt mit der Energie und die Energien hier eben entsprechend hoch sind. Und diesen Teilchen verdanken wir dann am Ende die Tatsache, dass Material wirklich freigesetzt wird, schwere Elemente, aus denen dann später in weiteren Generationen, das Zeug kühlt ja irgendwo ab, wird wieder verdichtet, wie wir es ja schon gesehen haben, bildet neue Sternsysteme mit dann schon vorhandenem schweren Material. Die Reste, die nicht der Stern bindet, werden zu Planeten werden und auf einem dieser Planeten wird dann Materie sich sogar zu etwas Besonderem zusammenfügen, das sich am Ende Fragen stellt und Videos dreht. Das ist die Grundlage unserer Existenz, die wir hier sehen, die wir den Neutrinos oder dieser gewaltigen Explosion verdanken. Also das, was hier auf den ersten Blick wie eine schreckliche Katastrophe wirkt, das ist in Wirklichkeit ein großer Segen im Universum, als Lebensform betrachtet zumindest. Nur deshalb gibt es schwere Elemente und diese Explosion, die triggert, schon wieder das nächste entstehen, weil wir haben ja auch gesehen, dass diese Wolken sich ganz schwer tun, irgendwie unter ihrer eigenen Last zu kollabieren, das kann ewig dauern. Wir haben diese Kelvin-Helmholtz-Geschichten und das alles gesehen und wenn dann natürlich eine Supernova-Druckwelle durchrauscht und alles zusammenfügt, die Druckwelle erleichtert natürlich den lokalen Kollaps enorm. Das heißt, das sind Geburtshelfer dieser neuen Sterngenerationen. All das hat sehr, sehr positive Effekte. Diese Katastrophe ist eigentlich ein Segen. Darauf wollte ich raus. Dann könnten wir nämlich als Schlusswort heute Goethe nehmen, den Mephisto in Goethes Faust. Denn genau das ist es, woran mich Supernovae immer erinnern. An dieses schöne Zitat. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich bin ein Teil und stets das Böse und stets das Böse und stets das Böse. Ich bin ein Teil und stets das Böse. Untertitelung des ZDF, 2020